Als nächstes erleben wir einen unbeschwerten Abend im Gasthaus. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr habt. Wolle mal so hinlose! Hallo! Liebe Merksheimer, liebe Namen aus nah und fern, herzlich willkommen in der Gaststätte zum freundlichen Bier. Wir haben extra für Sie ein paar Verhaltensregeln zusammengestellt, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen dürfen und er für Sie zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Regel Nummer 1. Achten Sie auf eine freundliche Begrüßung. Oh, kommen Sie rein, meine Freunde, kommen Sie rein! Kommen Sie rein, meine Freunde, kommen Sie rein! Meine Freunde, kommen Sie rein! Oh, mein Kind! Kommen Sie auf einen guten Tag, meine Freunde! Erziehung heutzutage! Nein, nicht diesen Tisch, nicht diesen Tisch, den Tisch für meine sehr gute Freunde! Bitte diesen Tisch, das ist für meine sehr gute Freunde! Sehr gute Zeit! Regel Nummer 2. Aus versicherungstechnischen Gründen ist für eine ordnungsgemäße Aufhängung der Garderobe zu sorgen. Dort ist das Wisch, nicht in meinem Lokal. Ich habe ganz von Wisch im Lokal mit sehr neuen Stuhlen. Tisch Nummer 1, Garderobe Nummer 1, aber ganz schlecht! Jetzt bitte nehmen Sie Platz! Nee, bei mir ist nie galt, viel Geld wie Heizung bezahlt, sehr warm, sehr warm. Ist nicht galt, trinkt mehr, wird nicht galt. Regel Nummer 3. Bitte befolgen Sie die Getränkeempfehlung des Wirtes. So, meine Lieben, was wird man jetzt trinken? Ihr? Ein kleines Bier, ein Ohnsack, ein Apfelsack, ein kleiner Radler, bitte, komm doch fort! So, komm so fort, meine Freunde, ich bin ganz schnell dabei! So, ein großes Bier, wie kleines Bier, große Manteln! Eine Orangensaft, eine Orangensaft, Apfelsaft, will ich noch eine Flasche Apfelsaft aufmachen? Oder was bringt Orangensaft, ist gesorgt! Apfel! Nein, Bier! Regel Nummer 4. Die Anzahl der reservierten Plätze ist stets einzuhalten. Tischübergreifende Gespräche und das Unterhalten im Mittelgang sind leider nicht erwünscht. Ebenso sollten Sie den Gang zur Toilette mit dem Jert absprechen. Oh, kommen Sie rein, meine gute Freunde, kommen Sie rein, kommen Sie rein, meine gute Freunde, kommen Sie rein, meine Orangensaft! Haben Sie reserviert? Äh, eins, zwei, drei, habt aber vier reserviert? Ach, die Oma ist gestorben. Okay, nehmen Sie Platz bitte. Also, kleine Bier, große Bier, Orangensaft, komm sofort! Meine liebe Sohn, jetzt soll ich in meinem Lokal, wir wollen Ruhe und Gemütlichkeit haben, nehmen Sie bitte Platz! Tisch Nummer 2, Garderobe Nummer 2. Tisch Nummer 3, Garderobe Nummer 3. Serviert? Meine liebe Fräulein! Getränke kommen sofort! Wohin, meine Räulein? Wird zur Toilette doch nicht getrunken und nichts gegessen, schon zu meiner Toilette ging? Ich traue mir ganz zum Maufen und servieren. Später, ich wollte nicht mehr. Muss ich nicht mehr. Komm mal aus, ich bin nicht mehr. Weil ich nicht mehr muss. Erst mal trinken, dann essen sie mit mehr. Ich muss putzen, dann noch mehr. Regel Nummer 5. Unser Wirt hat die Tischordnung genau durchstattet. Achten Sie bitte darauf, diese nicht zu verändern. So, meine Freunde, nicht in meinem Lokal. 20 cm, halt dein Finger da. Bitte zur Seite. 5 cm, die Blumen stehen hier. So, die sind hier. Oh, bitte, mein Kind, will achten, dass die Orangener schreiben zu dir. So, meine Freunde. Hier, oh, meine Mutter. Sehr gute Freunde. Stammt. Disziplin. Regel Nummer 6. Die Essensbestellung. Die Speisekarte ist nur eine Orientierungshelven. Gegessen wir das, was auf den Tisch kommt. So, meine Liebe, und sind wir schon soweit? Und? Ach, die Forelle. Haben Sie schon vorgestellt, die Forelle? Nein, die ist weggesprungen. Nicht da. So, ich habe eine sehr gute Schnitzel. Der beste Schnitzel der Welt. Also, ein Schnitzel, ein Schnitzel, ein Schnitzel, ein Schnitzel. Salat. Salat muss ich nicht vorgestellt. Kostet aber extra. Also, ein Salat, ein Salat, wie kein Salat, die Kinder heutzutage. Salat ist gesund wie Salat gegessen. Ein Salat, ein Salat wie Salat. So, meine Gärten sind reserviert. Ein Schnitzel, ein Schnitzel, ein Schnitzel und vorne. Servieren ganz schnell. Stöhnen. So, meine liebe Freunde. Viermal reserviert. Viermal reserviert. Viermal gekauft. Viermal gekocht. Mit viermal gegessen. Du bist große Mannschaft. So, Forelle. So. Guten Appetit, meine Freunde. Schmeckt sehr. Und bei mir schmeckt immer. Regel Nummer sieben. Die Gutscheinbestellung. Wenn Sie einen Gutschein erwerben möchten, machen Sie bitte sehr konkrete Angaben über den Beschenken. Ach, ich komme sofort, mein lieber Freund. Was wird das? Ein Gutschein. Und für wen ist der Gutschein? Ach, für deinen Schwiegervater. Und wie alt ist der? Ich bitte gefragt. Wie alt ist der? Also 72. Und wo war er? Ach, bin Martin Stein Ausländer. Ach, wie heißt er dein Onkel? Äh, egal wie, wie heißt er. Der Roland Maiwald. Ach, der Stammgast. Wie viel soll das Gutschein sein? Für 20 für Roland Maiwald? Mach mal 50, 20, 30. Ach, schon so geschmeckt, meine Freunde. Hat uns, Oma hat vor allem uns. Aber gesperrt es vor allem. So. Regel Nummer 8. Pädagogisch wertvolle Tischspiele oder gar Kartenspiele spielen Sie und Ihre Kinder besser zu Hause. Was ist denn das? Bin ich Casino oder bin ich Rokal? Meine schöne Papiertischdecke wird nicht kaputt gemacht. Viel Geld bezahlt, kommt mir das heute später. Beim Bezahlen wird bei mir nicht gespielt. Meine teure Papiertäcke wird nicht kaputt gemacht. Nee, nicht bei mir. Nee. Regel Nummer 9. Der Verdauer. Unser freundlicher Wirt bietet Ihnen gerne einen Verdauer an. Der erste muss vom Gast bezahlt werden. Der zweite, wenn ein Gang dazu kommt, wird vom Wirt spendiert. So, meine liebe Freunde, und jetzt ist die Grippeimpfung. So, meine guten Schnapp. Der erste muss man zahlen. Aber der zweite von mir ist geschenkt. Und sonst die Grippeimpfung. Weiter umsonst. So, und Prost, meine Begezten. Prost. Prost. Es ist 22.30 Uhr. Der Abend ist beendet. Das Lokal schließt. Ein unbeschwerter Abend ist vorüber. Bitte bezahlen Sie an der Theke und verlassen Sie dann zeitnah das Lokal. Sperrstunde. Nee. Also, Sperrstunde, 22.30 Uhr. Oder schnell essen, schnell trinken, nicht auf Vorletten gehen, nicht mehr reden. Dann kriegen wir auch zeitlich den zweiten Schnapp. Nee, verlassen Sie sofort meine Lokal. Bezahlen Sie aber in der Theke. Ganz schnell, ganz schnell. Aber ganz schnell. Oh, Sperrstunde. Ich habe kurz meinen Schnapp schlafen. Stimmt so, stimmt so, stimmt so. Verlassen Sie bitte mein Lokal. Es ist keine Zeit, stimmt so. Oh Mann, was muss ich alles machen? Allein. Stimmt so, stimmt so. Verlassen Sie sich der Bein noch gar nicht. Da. Wiedersehen. 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 Wiedersehen, meine liebe Freundin. Wiedersehen, meine liebe Freundin. Noch was in eigener Sache. Bei diesem Werk handelt es sich um einen Fasnach-Sketch. Die dargestellten Personen und Handlungen sind frei erfunden. Die dargestellten Personen und Handlungen sind frei erfunden. Die dargestellten Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ja, definitiv ist das eine Rakete wert. Und dann machen wir mal so acht direkt. Kommando eins. Kommando zwei. Und Kommando. Kommando. Gehen. Oh, ja. Äh. Die Elisa Engelmann, die Ludmilla Stift-Berner, die Denise Stift-Berner, die Farina Herrmann, die Marie Herrmann, Iris Kistner, Sandra Millehez und Antonik Meirald. Ja, also, ja, der behauptet voller Erfolg. Ich habe euch gerne zugeguckt. Wie gesagt, woher hätte ich es euch hier? Die Marie und die Denise gehen jetzt schon hier orten, der Rest kommt später. Und dann Nahala Masch ab. Ich habe euch gerne zugeguckt.